Garage, Training, Karriere, Extras, okay. Ach, du machst immer Synchronisation. Genau. Synchronisation. Hast du da eine von deinen berühmten Synchronisationen? Synchronisation, Sam. Ah, teach me, Senpai. Omai wa moushinderu. Nani? Was aber immer das jetzt heißt. You are already dead. Und Nani heißt was? Also, nicht was, sondern Nani? Wir beide fahren. Ja, dann sag doch was dagegen. Ja, an der Seite fährt doch immer. Hab ich dich nicht gesehen an der Seite. Ja, warum nicht denn? Weil ich dich nicht gesehen hab. Die Katze. Manchmal hab ich einfach gesagt, du siehst mich gar nicht mehr richtig an. Ernsthaft? Und das Spiel stört, glaub ich, bei mir ab. Nein, das ist jetzt gerade kacke. Ja, das ist jetzt gerade kacke. Da spielt dann eine Abwehr stört. Das muss jetzt, also. Nicht, guck mal, und neun. Ja, ich krieg mir keine. Oh, super. Das glaub ich schon. Du kannst mich ja nochmal einladen. Du kannst mich ja nochmal einladen. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel ist. Wenn du ein bisschen weiter hinter der Linie noch gestanden hättest, das hättest du das Tor gerade verhindert. Kannst du mir nicht joinen? Geht das nicht? Ja, ich guck mal. Ah, ich kann das Spiel wieder beitragen. Ja, das ist sehr gut. Nein, das geht. Da stand direkt die Aufnahme. Ich weiß nicht, warum das Spiel dachte. Ja, stürz mal ab. Also, die meisten Spiele, die ich spiele, stürzen nicht ab. Aber so. Ah, gut. Rainbow war hier und da mal ein Absturz. Ich, 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 ich. Okay, ne. Ich hab' gesagt. Ich hab' gesagt, das war, der Klem ist nicht zu. Töcher. Daaaahhh. Ah, super. Oh, super. Oh, super. So, super. ich liess da irgendwie lesben eliminator bei den typen von den also lesben eliminator bei lbs da hab ich da ein bisschen ja ich hab irgendwie lesben gelesen diese wahl geschenke schön mitte 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 was soll er du musst ab und zu mal ich diese ballkamera ausmachen auf keinen fall nein ich bin nicht dran gekommen ich hab hätte springen müssen früher das war das politisch war ziemlich nah an dem ball dran und deshalb wollte ich springen ich war immer so ganz knapp dran mit springen werde ich dann wieder ganz weit woanders weißt du so war schon weiter drüber ja ich wollte nur fehler analysen machen ich mache gerne fehler analysen der kommt gut für dich du hast eigentlich schon gesehen was ich für eine raketenspur habe das ist von rick und morty dieses galaxie dieses wolkenartige wesen ach dieses ja ich weiß nicht was genau war aber man diese gaswolke meint sie ja und als reifen habe ich diese portale von sorry sorry ich habe nicht gesehen dass du kommst ja ich hab den gegner kurz mal gesagt ich spiel mal in die mitte aber guck mal wie in was für ein winkel so ich gehe jetzt auf den ball auf damit du schweig ich bin auch drauf nein an 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 oah schön war richtig schön drüber und dann von der seite nur noch aufs Dach gespielt hei C achja du fährst jetzt ich soll stehen bleiben kräftet ja auch gut da war die letzte Person über diese Bälle ist die die erwarte ich nie ob nein das ist ja du musst sofort ja ich habe keinen boost ich hoffe ich bin auf keinen boost angewiesen ich habe schon mit ich ein gut geschubst manche sogar selber noch ein machen können sein mein Mann mach nicht zwei gemacht Prozent ich 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 übernehme ich habe die beiden nicht wieder noch einmal diese wunderschöne explosion golden kohle der goldmann gold 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 schön endlich mal wieder ein spiel gewonnen ja es soll ab und zu mal vorkommen dass wir ein tor das spiel gewinnen oh, Regenbogen Regenbogen so, ich glaube ich bin homosexuell wie kommst du denn darauf? Regenbogen na, wer weiß es? Regenbogen na, wer weiß es? was weiß, kannst du in die Kommentare schreiben aber ich mach das eigentlich immer nach von Gronkh wenn er Regenbogen kannst du überrühren was ist das für eine Map? wieso? hä, warum bin ich alleine? also ohne dich? ja, weil zurück zum Hauptmenü das ist eine schöne neue Map weil ich rausgeflogen bin deswegen bin ich in deiner Gruppe drin das ist eine wunderschöne Map aber bin ich in deiner Gruppe drin warte, ist das jetzt so haben wir schon zwei Spiele gespielt? das ist die erste Folge das ist die erste Folge ne, das erste Spiel ich komm ja nicht raus ohne dass derjenige sagt aufgeben es ist doch voll blöd ich weiß weder in deiner Tint und in der Stadt, was wir sie haben suchen ich bin nicht ganz aus dem Lobby raus also bist du jetzt gerade mit einem anderen Typ dabei? ne, wir führen aber ok, ähm ne, ich hab grad reden das ist die ganze Welt das ist so wilder Western ne, bauen wir noch so das bauen wir noch ne, das ist bestimmt scheiße das ist bestimmt kacke oh das war mal das Tor wie geil äh, nach 4 Minuten na ist bestimmt kacke können wir in der nächsten Folge mal wieder Rumble spielen? ja, können wir auf jeden Fall machen äh aber nicht Dropshot Dropshot ist mir irgendwie zu langweilig ich mag Dropshot nicht wirklich ah, es ist ein bisschen schwierig sogar für mich ja, aber es ist irgendwie für mich nicht wirklich interessant für einmal, ja, aber ne, nicht auch ich hab eigentlich noch nicht so die gute Fahrzeugkontrolle bei bei Rockets da ist echt noch Luft nach oben nach oben aaaaah, nach vorne öh okay, kommt der Niiiin oh, die Gegner sind am Tor 3,30 noch und da steht immer noch 3,1 für uns. Für euch. Ja. Nein. Leben gesprungen. Ja, gut. Jetzt holen sie aber langsam auf. Das gefällt mir nicht. 3,2. Ah, nein. Schön. 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 4,2. Und was machst du für Training? Hm. 3 ist Training. Das ist okay. Das ist okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was ist das für mich? Ich hab's viel zu viele Tore. Die Zeit läuft nicht wirklich ab. 2 Minuten 7 noch. Mein Spiel hat kurz gelaggt, okay. Warum auch nicht? Oh Gott. Super! Ausgleich! Ja! Oh Mann. Ich glaube das Spiel wird irgendwie... Das läuft halt gar nicht gut. Das ist doch schon die Folge nach der ersten Folge The Forest, ne? Ja. Und? Was haltet ihr davon? Ah, okay. Mann! Ich brauche Boost! Oh. Mein Name ist ja hier. Den hat er gut rausgeholt. Jetzt noch ein Angriff. Letzte Minute. Komm schon! Nicht auf unser Tor! Nein! Nein, 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 nein! Komm, 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 komm! Weg damit! Nein! 30 Sekunden. Nein! Okay. Mist. Leben gesprungen. Mist. Leben gesprungen. Verlängung. 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 Komm schon! Es ist so ätzend, dass ich hier auch nicht einfach so rausgehen kann, ne? G Servin. Was? Okay. Was? Oh man, die Verlängung dauert schon jetzt viel zu lange. Komm schon, jetzt geh rein, geh rein, geh rein. Ja! Endlich, ich hab's geschafft. Christian, weißt du, was mir gerade einfällt? Du hättest mich einfach einladen können, hättest du deine Einladung angenommen und ich wäre drin gewesen. Ja, aber werdst du nun keine Sperre bekommen oder so? Keine Ahnung, ob es die Sperren gibt. So. Ja. Und Hauptmenü, 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 Hauptmenü. Ich hab eine Hauptmenü. Ich bin Hauptmenü, was bist du? Äh, da. Ich warte hin. Klick, klick. Ich bin noch, bin ich bei... Ja, du bist da. Ja, suche nach. Geile Sorge. Ich bin halt noch im Training. Spielsuche läuft auch schon, ne? Ich sehe, dass der Beitritt sogar läuft. 2, 1, 2 Training. Ich kann mein Training nicht abschließen. So, sind wir zusammen drinne. Ja. Noch ja. Bist du da? Ja, du bist auch da. Du fährst. Nein, ich stehe. Okay. Du fährst jetzt. Jetzt fahr ich denn los. Du hast voll die Zuschauer angelogen. Hey. Oh, das erste Gegentor dafür bin ich schuld. Was? Okay. Ich dachte, die machen das jetzt rein. Nein. Du fährst das nächste Gegenteor. Bist du schuld? Haben wir schon mal die Schuldfrage geklärt. Alter. Das geht gar nicht klapp. Fürs übernächste bist du auch schuld, ne? Nein. Also für das hier und das kommende bist du schuld. Aber Fun Fact ist, du bist grad echt für das schuld. Ja. Auf geht's. Äh. Ah. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Das kann man ja nicht wissen. Ja. Ich soll mal sagen können, dass es genau in dieser Pressplatte stehen würde. Angriff, Angriff, Angriff. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Angriff, Angriff, Angriff. Alter. Ich krieg hier nichts auf die Reihe mit den Springen. Hättest du trainieren müssen. Oh. Ah, habt ihr voll wecke-tackled? Prank! Ah. Was war das? ich habe keinen sprung geübt und dann spring ich dahin und dann machst du das tor schon jetzt sind wir getroffen sonst ich weiß nicht aber vielleicht ich auch ich auch du kannst ja das gibt es doch nicht wenn der radios war zu groß so ein Angriff jetzt ja das ist mir weggesprungen Nein. Beine Wäsche nicht mehr reingefangen. Ja. Oh Gott. Mit dich, du. Na, 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 na. Nein. Ich bin aber jetzt auf dem Dach, Moment. Ich bin einsatzbereit. Ah. Fuck. Was? Den hätte der haben müssen. Nein. Was, Tutel? Ah, fuck. Weißt du nicht, dass ihr in so einem scheiß Winkel da weggeht? Du. Du, du, du. Du, du, du. Sag doch, dass du da bist. Ich dachte, du siehst mich. Mann, steh doch mal die verdachte Ballkamera raus. Ja, dann verlieren wir immer weiter. Wegen dieser scheiß Ballkamera. Die Ballkamera ist besser für mich. Wechseln. Nein. Weil ich aus dem Grund nicht, weil ich dann immer die Orientierung zum Ball verliere. Du musst ab und zu mal wechseln, wenn du irgendwo anders fährst. Das ist wirklich ein Nachteil, den wir dadurch haben, wenn du die ganze Zeit nur bei Ballkamera... Ja, trotzdem hättest du dir sagen, dass du kommst. Das ist die Ballkamera an. Trotzdem kannst du die Ballkamera anmachen. Äh, und ausmachen. Andern ausmachen. Oh, ne. Ich komm gar nicht mit der anderen Perspektive klar. Das ist gerade ganz kurz drin hier gehabt. Das geht so gar nicht. Wie, das kommst du mir auch nicht so klar? Das ist einfach frontal. Alter, Slank, Slank. Du kannst doch genau sehen, wo du hinfährst. Fuck. Ich kann grad nix machen, Slank, das ist krass. Warum geht das jetzt so auf? Okay, jetzt ist es wieder da. Ja, dann haben wir auch weggeschubst. Ja. Ja. Warte. Slank. Ich kann nix machen. Ich weiß nicht, warum das Spiel so krass liegt im Moment. Ähm, ja. Leck, 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 leck. Irgendein Schiff, irgendein Schiff. Oh, jetzt sehen wir nicht. Ab und zu leckt es, ab und zu nicht. Du musst. Ich kann nicht. Ja, kannst nicht. Also im Moment musst du dich eher auf ein Einzelspiel konzentrieren. Ja. Also ein 1 gegen 2 quasi. Okay. Ich probier mein Bestes, aber... Garantierier für nichts. Nein! Dann kriegen wir auch Chancen und ich kann die nicht verwerten. Jetzt gerade gehts wieder. Ja. Ja. Ah, Mann. Das war's. Ne. Oh, Gott. Ja. Ja. Bevor mir jetzt gleich das Spiel abstürzt. Guck ich, versuch ich mal rauszufinden, woran es liegt, dass es bei mir so krass leckt. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Jo. Ciao. 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 Ciao.